Weiter geht's mit Project Zero 3, denn wir haben im letzten Part gegen vier von diesen... Ja, vielleicht waren das die Zimmerer, von denen gesprochen wurde, gekämpft. Und damit die Tür entsiegelt, hinter der Yu verschwunden ist. Dahin gehen wir jetzt zurück. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes bis dahin, denn ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Und das ist nicht so gut. Also wir gehen jetzt hier durch den Gang. Und dann geradeaus. Achso, ja, immer geradeaus, das geht ja. Ich gucke mal eben, ob ich einen Steinspiegel dabei habe. Ja, habe ich, gut. Sollte doch was Schlimmes passieren, werde ich wenigstens nicht sofort sterben. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sterbe einfach ungern. Ja, so langsam gewinnt dieses Spiel an Fahrt, denn ich bin ehrlich, zwischendrin gerade die ersten Szenen mit Rey und... haha, speichern. Auch die Szene in ihrer Wohnung, das war irgendwie immer nicht so super mega spannend. Aber so langsam wird das was. Ich bin jetzt aber irritiert, dass die Tür immer noch blau blinkt. Denn eigentlich habe ich ja das Siegel gelöst. Oder muss ich vier Siegel brechen? Dicke, strenge heiligen Seils und Papiers überziehen die Tür, die fest verschlossen wurde. In der Mitte befinden sich vier Amulette, die Bilder von Papierpuppen in Menschengestalt zeigen. Könnte Yu da drin sein? Moment, das heißt, ich habe jetzt einen weg und ich muss noch drei. Ich mache da nochmal ein Foto von. In dem Foto sieht man irgendwas. Ach, ich muss vier von diesen grau gesichtigen Männern besiegen. Das kann ja lustig werden. Ich dachte, ich muss vier insgesamt und nicht vier von einer bestimmten Sorte. Ist hier nicht dieses Puppenzimmer? Ja, gut. Ja, kleiner Altar. Jetzt sagt sie hier wieder, viele Puppen wurden aufgespießt. Ja, nicht nochmal. Boah, ich würde mir so in die Hose machen, wenn ich in diesem Raum wach werden würde, ehrlich. Ja, ich glaube, da war ich schon. Ich habe schon probiert, ob die aufgeht. Aber ich war mir nicht mehr sicher. Aber schon schön mit dem Schnee, oder? Ne, was machst du da? Was ist das denn? Hier redet jemand. Ein in Stoff gewickeltes Holzstück ist mit heiligem Seil an den Baum im Innenhof angebunden. Etwas, das wie eine Art Fluch aussieht, steht in kleiner Schrift auf dem Stoff. Die Strohpuppen auf den Bambus schließen rings um den Baum scheinen im Wind zu stöhnen. Das ist nicht genug, sagte der Mann, der dort stand. Was ist nicht genug? Ich weiß es nicht. Ich will hier weg. Ich meine, diese winzigen Türen. Okay, die ist zu. Ach, die ist leider nicht zu. Okay. Oh! Das ist die Kay-Episode. Also Der Flur, den wir mit Kay gesehen haben. Das Interessante ist, werden immer wieder andere Räume offen. Hier ist der Projekte, das ist gut. Wir haben ja einen Film gefunden, und zwar Opfersäule. Geht da hin, dass wir es sehen können. Hallo! Sind das die Räume, in denen die Menschen geopfert wurden? Wenn ja, habe ich nicht wiedererkannt. Aber ich bin froh, dass man hier immer noch so viel Gedöns findet. Okay. Ja, ich lese das jetzt nicht immer vor. Es ist sowieso immer dasselbe. Oh Gott, wer ist das denn? Und ich renne da auch noch rein. Ist die weg? Ja. Ich wollte mich da eigentlich verstecken, und dann ist die genau da. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Dieses Spiel gruselt mich bisher um einiges mehr als Teil 1 und 2. Nee. Hier wollte ich aber nicht wieder hin. Ach, scheißen Dreck. Ich dachte, ich hätte einen anderen Gang genommen. Hat die mich erschreckt, ey. Mann! Ich bin zu alt für so eine Kacke. Ja. Ich dachte, ich wäre hierher gekommen. War ich aber nicht. Gehen wir jetzt hier durch. Okay. Ich glaube, ich muss dem Blut folgen. Das hättest du jetzt nicht so betonen müssen, weil ich sehe auch so, dass da Blut ist. Oh Gott. Die Tür ist festgeschlossen. Es fühlt sich so an, als ob jemand auf der anderen Seite dagegen drückt. Die Blutflecken auf dem Boden setzen sich unter der Tür fort. Ih. Was ist das denn? Und wie kommt die da hoch? Moment, das ist doch dieser Dachboden, über den Kay auch schon gegangen ist, oder? Gucken wir mal auf die Karte. So, hier sind wir jetzt. Stock wechseln. Ja, genau. Vielleicht ist die Tür ja jetzt offen. Dann müssen wir jetzt hoch. Also wieder zurück hier hin. Und die Treppe hoch. Sag ich jetzt so einfach. Ich habe aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ha. Stimmt tatsächlich. Ich bin so toll. Ach komm, wenigstens ein bisschen. Huch. Es ist so geil, dass hier oben alles offen ist. Und es trotzdem zu diesem Zimmer eine Tür gibt. Obwohl man von der Treppe aus voll da reingucken kann. Mach auf. Also nach dem nächsten Part brauche ich erst mal, also wenn dieser Part hier zu Ende ist, brauche ich erst mal Kaffee und Schokolade hier. Finde ich, habe ich mir verdient. Das ist schon wieder so ein fieses Geräusch. Aber es ist niemand hier. Das da oben sieht immer aus, als wenn da jemand stehen würde. Aber da war gerade das Ding ins Eingeblendet. Ich weiß es nicht. Ich gehe da jetzt rein. Oh Gott, ich hoffe, ich muss nicht hier oben gegen den Geist kämpfen. Das wäre das so ziemlich gemeinste überhaupt. Also wenn ich Entwickler wäre, ich würde es machen. Ne, da kommen wir nicht vorbei. Ja, die Sänfte, die haben wir vorhin. Haha, vorhin. Wo bist du? Ey, Drecksplag. Fuck you. Und ich sage auch noch, ich würde das machen. Ist ja witzig. Vierer-Kombo, ey. Fünfer-Kombo. Und schon tot. Das Mädchen im Priesterinnengewand ließ da, wo sie stand, etwas zurück. Stein des... Schli. Ja, ich habe keine Ahnung, wofür ich das brauche. Ah, aber ich glaube, das brauche ich für dahinten. Boah, wie geil ist das bitte? Fünfer-Kombo. Ich muss immer morgens spielen. Morgens um... Spät haben wir es jetzt? Halb acht. Ne, ich muss doch da lang. Ich dachte immer, mehr als Dreier-Kombo geht nicht. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Hier war doch auch was. Muss ich hier hin? Oder ist die jetzt offen? Ah, ich muss tatsächlich hier hin. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Also, ich muss mich hier hin. Also, wir müssen nochmal zurück zum Anfang, denn der endet schon da. Nein. Ja, wie, der ist da richtig. Falls es euch interessiert, ich habe das Prinzip von diesen Steinen noch nicht verstanden. Ah, Moment, dass diese Striche heißen, glaube ich, wie viele Züge man damit machen kann. Also, dann schieben wir den da hin. Zwei, drei. Den nach da. Den nach da. Und den nach da. Anscheinend hat sich die Tür geöffnet. Ha, wie habe ich denn die letzten Rätsel bitte gelöst? Ich habe gedacht, das Prinzip wäre, dass man die Dinger sortieren muss. Wo guckst du hin? Oh, dahin. Filmweisung. Also, so eine Speicherkamera wäre ja jetzt mal nett. Wo bin ich denn? Hier bin ich, im Holzfigurenraum. Aber hier sind keine Holzfiguren. Ja, wir sperren jetzt mal runter. Ich brauche mehr Blut. Ich brauche mehr Blut. Ja, und jetzt? Will ich da nochmal reingucken? Ich erwarte, dass die hochguckt und uns angreift oder so. Aber tut sie nicht. Ja, dann gehen wir jetzt hier raus. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Hierfür brauchen wir einen Schlüssel oder sowas. Oder? Nee, hier war einfach gar keine Tür. Mysteriös. Und die Zeit ist schon wieder um. Aber ich gehe jetzt eben noch hier raus. Könnt ihr euch ein bisschen Reis Pooh ansehen? Oh Gott. Der Mann mit dem Messer schon wieder. Und ich kann, glaube ich, nirgendwo speichern, oder? Wo ist der nächste Safe Point? Ja, seht ihr, hier ist nirgendwo was. Es gibt so unglaublich unfair wenig Speicherpunkte in diesem Spiel. Da ganz unten ist einer und da ist einer. Okay. Also dieser Raum hier, in dem wir gerade waren, ist hier drüber. Also müssen wir hier in der Eingangshalle, da, nach einer versteckten Tür suchen. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Und da sind unser Haus. Untertitelung des ZDF, 2020